Was ein Quart auf dem Land, ist ein Jetski auf dem Wasser. Klein, wendig und schnell. Der Gips Quartski ist beides in einem. So leicht scheint diese Dockenfunktion allerdings nicht machbar zu sein. Immerhin betrug die Entwicklungszeit laut Firmengründer Allen Gips volle 15 Jahre. Um den 3,20 Meter langen Quartski von Land auf Wasserbetrieb umzustellen, braucht es lediglich einen Knopfdruck. Innerhalb von 5 Sekunden klappen die Räder ein und der Bootsbetrieb kann losgehen. Sowohl im Wasser als auch an Land erreicht das kuriose Gefährt eine Höchstgeschwindigkeit von 72 kmh. Auf der Straße ist dies zwar nicht sonderlich viel, dafür gehört man im Wasser zu den schnelleren. Angetrieben wird der 590 Kilo schwere Quartski von einem wassergekühlten BMW-Motorradmotor. Die Leistung des 1,3 Liter Aggregats beträgt 175 PS. Der maximale Drehmoment liegt bei 140 Newtonmeter. An Land wird das Vehikel über die Hinterräder angetrieben. Im Wasser durch ein Strahltriebwerk. Der Gips Quartski kommt aus den USA. Für rund 40.000 Dollar, umgerechnet ca. 31.000 Euro, kann man ihn dort schon kaufen. Interessenten in Europa müssen noch bis 2014 warten. Untertitelung des ZDF, 2020 !